Ist Heiraten eine Ibadah? Von einer Seite schon, von einer Seite schon. Heirat ist Ibadah, wenn du deine Religion schützt und wenn du dich schützt, weil der Prophet SAW sagte, wer heiratet, dann hat die andere Hälfte von seinem Iman vervollständigt. Aber im Ursprung, Heirat ist eine Gewohnheitssache, dass wir die Kuffar auch heiraten. Die Nicht-Muslime auch heiraten. Alle heiraten. Und das ist Gewohnheitssache im Ursprung. Aber wenn du heiratest, um deine Religion, um nicht in die Fitna zu fallen, um eine gute Familie zu gründen, um deinen Iman zu stärken, dann inshallah bekommst du dafür Lohn. Wallah ta'ala ala wa'ala.